hallo leute ja die händler waren jetzt da wir haben mit denen gehandelt hier liegen die sachen die wir alle eingekauft haben hier der käse zum beispiel und hier unten stehen noch zwei kisten hier ist auch noch ein käfig oder zwei käfige sogar und dann müssen wir gucken was wir da da so raus machen können schauen wir alles nach dem logo auf dem großbildschirm so wie kommen wir da dran der trade depot hier ist es und das ist ebex oder so einer drinnen oder was in the trade depot straight ebex okay das habe ich gar nicht vielleicht mitgekriegt oder bin mir nicht sicher den müssten wir da mal auslassen na wie geht das denn view and trade depo handeln auch wir können sogar noch mehr handeln haben sie das geändert früher konnte man doch nur einmal handeln wir haben aber nichts was wir da zum handeln haben also fällt das weg ja jetzt haben wir hier hat das eine esel von denen glaube naja wird wahrscheinlich so sein ja aber ich müsste jetzt trotzdem im trade bitte um einmal gucken um den würde ich ja jetzt hier das ist ein männchen und uses item sheet doch also verbinden status of the item nee das will ich auch nicht wegschmeißen will ich auch nicht ich möchte eigentlich schauen dass wir den aus dem käfig da raus sie sieht ihm ist being traded da war aber noch ein zweiter käfig meine also der zweite ist leer ok gut no trader needed können wir da auf jeden fall machen und da weiß ich jetzt nicht wie wir kann man hier was so talk of the visibility of the item hidden items cannot be seen but citizen was to use them if a permanent building item is na das will ich nicht das ist gehandelt das weiß ich jetzt auch noch nicht würde ich jetzt sagen das ist erstmal durch was haben wir hier oben denn skraber permission ließ permissions keine ahnung was wir tun wollten wir haben ja jetzt hier unten sieht es nicht gekriegt wir wollen hier weiter ausbauen das haben wir schon gemacht der weg darunter geht auch wir müssen definitiven lager haben die prio müsste eigentlich hier sein dass hier einer mehr ausgräbt ich weiß jetzt gar nicht haben wir nur eine pickaxe das könnte natürlich sein ich weiß gar nicht ob wir jetzt eine zweite gerade gekauft haben die würden wir hier irgendwo sehen wenn wir da jetzt aber gerade nicht sicher ob wir das getan haben eine crutch haben wir gekauft ok oder liegt die da noch und wir haben die nicht gekauft das weiß ich natürlich jetzt auch nicht es können natürlich auch sachen sein die da die die noch mitgebracht haben die da jetzt noch liegen wenn sie einpacken sind die dann erst weg na gut ich denke mal wir lassen mal gerade weiterlaufen und das mit dem käfig das wäre jetzt noch interessant zu wissen zoner ne das ich wollte jetzt nicht ne borrows würde ich nicht ich will die alte zone hier haben aber wie komme ich da jetzt dran so und sie sind sie und das sind schafe und pferde oder wenn das tour kann ich das so machen und ich finde den in dem käfig hier die amma die stress so im käfig tatsächlich auch noch gekauft ok warte mal aber das schweinchen das will ich nicht hier bei den schafen und pferden mit hinten und dann müssten wir mal schauen dass wir da eine andere stelle haben oder wir haben aber keine andere stelle glaube bereich ist ziemlich klein für die aber die haben schon tatsächlich glaubt einen nachwuchs gekriegt die hühner sind da auch und die häschen sind da das würde bedeuten wir bräuchten doch noch eine zone das ist ein bb gekommen ok aber wir machen wir gerade pause bis ich das zu ende gelesen haben wir uns können wie es dann machen wir hier mal so eine zone die ungefähr so groß ist akzept und da soll jetzt das schweinchen rein oder gut aber dieser ibex den ich doch da hatte der war oder habe ich den nicht gekauft weil der war wahrscheinlich zu teuer ich habe nur das schweinchen gekauft ja ich würde jetzt erst mal sagen lassen wir so ne geht dann müssten wir noch gucken oder die zone klicke ich noch mal gerade an um zu sehen was da passiert vielleicht trägt das schweinchen jetzt eine a da wird das schweinchen auch schon rausgebracht aus dem käfig raus ok hier ist es und kommt dahin und ich hoffe wir haben animal caretaker der sich um das schweinchen kümmert aber hier draußen kann das ja genug eicheln finden hier ist bestimmt eine eiche drunter oder so ne tree das mandelbaum und das per simont keine ahnung was das ist egal passt erstmal hat hier denn einer weiter gegraben nein hat hier einer weiter gegraben auch nicht wo läuft er jetzt hin hier eigentlich sieht's die sind alle beschäftigt jetzt aber nicht dass die sitzen ja alle drinnen und tun nichts und wahrscheinlich ist da unser feller bei unser baum feller das heißt wir müssen da mal gucken ne schau nicht ergän das machen wir mal weg und wir müssen hierhin die trainieren gerade alle wie kriege ich das denn weg dass die nicht trainieren die soll mal nicht trainieren wie kriege ich das hin do nothing oder vectus gott jetzt läuft schon einer weg der ist jetzt da reingegangen das machen die anderen nix der sieht doch hier aus als ob er die axt schwingen kann aber die kanale jagen was wir noch nicht haben items warum ist das jetzt hier gerade weg der hat hier eine hose an jetzt ist wieder da wir sind stil keine ahnung was das hier alles heißt aber wie heißen die teile die wir da haben am wagen wo ist der wagen mit f1 komme ich auf jeden fall hin da ist er das sind copper mail shirts und diese squads kann man auch da so einrichten nochmal gerade wieder pause und equipped hier kann ich aber nichts auswählen es sein uniform uniform update equipment rosa haben sie alle an eine axt hat bis auf eine art jeder auch eine axt wohl so wenn ich das jetzt hier so anklicke dann aber das war jetzt nicht das was ich wollte ist sein uniform details details was waren da am wagen für dinger wie sind die copper mail shirt wie geht das jetzt hier also wieder gut hingekriegt gerade oder dass das schild baklazer footwear der gilded beaches pendeln uniform over clothing exakt matches only nobody okay aha jetzt habe ich glaube gefunden was ich wollte und wie ist das jetzt copper mail shirt specified armor copper mail shirt haben wir das jetzt ziehen sie das auch an hat wer ja aber da haben wir nichts das müssen wir noch kaufen dann für die die helme aber wahrscheinlich haben sie keine legwear greaves gauntlet glows mittens ich glaube mittens ist das richtige ich glaube das hier wäre das richtige oder high boots low boots keine ahnung was schaust es sind ich nehme sie mal Schilder können sie so lassen hat man ja gerade schon new weapon ist battle axed oder warte mal new weapon machen wir so und auch wieder individuell copper battle axed haben sie jetzt alle ich hoffe dass ich das jetzt hier wenn ich gerade mal starte dass die sich das alle anziehen und holen ja sieht so aus dass es geklappt hat aber dieses metal shirt ne copper mail shirt das holt sich keiner oder hat das gerade eine angezogen schwierig die stehen hier auch noch dumm rum ne was habe ich jetzt getan irgendwie auf irgendeine tasse gekommen und habe das da hingesprungen oder was keine ahnung ok ich glaube die haben auf jeden fall jetzt wenigstens wieder eine hose an unser schweinchen das läuft jetzt auch hier irgendwo im wald rum oder wo ist es da ist es okay das wird dick und rund hoffentlich und vielleicht kriegen wir mal aber wir haben gar nicht bei den händlern die zweite runde gehabt ne also was hier das hier das muss man alles weggetragen werden aufräumen müssten die noch aber wir haben kein lager guck mal hier er hat das frei geräumt und er ist da unten am buddeln gut so das heißt wir haben hier ja lager stockpile war das klick zu selecten ich muss ein neues createn so und da machen wir das accept und stone soll da rein dann sollten sie die da auch hinschleppen hoffe ich mal vor allem die klamotten ja da hat einer schon was hingebracht warum die hose jetzt da drin ist weiß ich nicht aber naja es geht schon mal voran er hat hier schon ausgebuddelt und das ist sehr cool dass da unten auch zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun warte mal zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun hier ist die mitte ich glaube das passt so oder er hat einen wheelbarrow hier und holt pilze oder wie sehe ich das ah ne der den stein da raus geholt alles klar ah warte mal dann müssten wir hier eigentlich nochmal gucken stone stockpile view stockpile und wheelbarrows nochmal ruhig drei da rein haben wir das hier eigentlich auch eingerichtet eins zwei da sind nur zwei darin aber dann reicht schon er holt den nächsten wheelbarrow und dann wird transportiert das ist schon mal gut und die kriegen kaputt kaputtes kreuz davon das passt auch so jetzt müsste man nur wissen das war der farm plot getränke haben wir hier weil wir sind hier zwei kann man auch reingucken plump helmets sind das wohl und das auch plump helmets und das das sieht leer aus da ist auch kein deckel darauf das könnte also schon passen und das ist eine distille wo drink vom plant extract drink vom plan und frucht make meet geht da jetzt einer rein und macht das ja das ist die frage was er macht na du haben wein ist hier auf jeden fall alles vor drinnen ja getränke haben wir erstmal lass das erstmal sehen wir hier oben ja drinks 300 ungefähr food 200 jetzt müsste wäre es noch wahrscheinlich irgendwie sinnig dass wir hier noch weiter ausheben das ist noch nicht fertig der macht noch was anderes tendenziell neig ich auch dazu dass wir vielleicht hier weil die ja nicht so schnell laufen wenn da nur ein weg ist noch im zweiten jetzt dann doch freigeben dann ist der weg schon mal bis dahin warte dann machen wir das auch hier noch so dann ist das schon mal besser aber zu viel freigeben ist auch nicht gut oder gut jetzt habe ich gerade mit kraftstrasse workshop hat new was machen wir aus rock was brussels und machen wir da mehrere von aus stein sollen die das mal herstellen hier aber das lager ist zu klein dafür oder nest boxen sind ja auch noch drinnen die sollten wir vielleicht mal draußen hinstellen für die hühner laufen die unter möbel über das furniture ne wohl nicht hatten wir schon mal ne oder das constructions oder lädt gerade speichert gerade da kann ich nichts machen wenn er speichert war das unter constructions ne furniture operant place ok ein altar oder was ist das bookcase chest cabinet fallen haben wir auch noch nichts und das ist das alles nicht wie war das denn da man habe ich das schon wieder verdrängt ne warte mal workshop farming nest box da ist es doch steht jetzt habe ich das nicht mit dem haken gesetzt naja wieder gut geklappt aber wir haben ja sowieso nur noch zwei keep building after placement kann man das den haken nicht immer drinnen haben so das war keiner mehr da aber wir kriegen da zwei zu das ist schon mal gut dann können die hühner sich auch noch mehr vermehren wir kommen vielleicht an das ein oder andere zum essen auch dran so hier sind schon mal schöne ringe dran schlechte qualität aber egal erstmal und wie machen wir das weiter ist dann die frage wir müssen größere lagerräume haben vielleicht hier ja höll das mal aus und wir machen hier mal lager noch erstmal wie weit geht es noch nach da reichlich und da würde ich dann nur diese ringe rein machen wollen diese brasslets vielleicht buddelt er das ja auch aus aber hier wird auch noch nicht gebuddelt das ist schon mal schlecht hier ist auch noch nichts gebuddelt ok ich würde aber sagen wir machen erst hier wieder einen cut der steht da rum und tut nix no job das ist schlecht dann müssen wir noch mal dran an der ganzen geschichte wahrscheinlich aber das kriegen wir auf dauer auch hin machen wir erstmal pause ok ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine uhr habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt dann mit welches nächste video hochlade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge aber wartet mal jetzt hier gerade noch left click for the center expand option right click for this ähnlich wie bekommst expeditionslieder bookkeeper extra ok das ist klar sondern noch hier left click for the center the merchants from ok die sind weg wohl da ist nachwuchs gekommen mädchen und kangaroo auch weg egal weiß ich wie er heißt planter cancels plant seeds seeking infant weapons cancels plant seeds needs plant helmets born ok nichts mehr da jetzt bekommen wir planter und miner ok autos bekommen es ist herbst ok autos lesern liegen die sind angekommen wie immer eine neue karawane nein oder könnte vielleicht sogar sein war ok make requests for next year's karawan ok das ist wichtig sieht plumpel mit sollen sie auf jeden fall mitbringen egal was sie kosten der rest ist erstmal da nicht wichtig waffen soll sie noch battle axe mitbringen eine fehlt uns auf jeden fall wohl noch weiß nicht vielleicht auch ein paar braunheimers annual brauchen wir glaube ich noch nicht trap component warte wir fangen jetzt oben an leather clothes crafts wood metal bars small cut games large cut games stone blocks seeds annual training weapons brauchen wir erstmal nicht ammo brauchen wir nicht digging implements was sind das picks da brauchen wir auf jeden fall noch eine bodywear mail shirts das sind glaube ich nicht genug können die auch noch mitbringen headwear sind helme handwear sind mittens glaube die wir da hatten footwear waren chases eigentlich aber die sind jetzt nicht da haben wir mal high boots legwear leggings graves weiß ich nicht shields sollen sie shields mitbringen toys spielzeug brauchen wir nicht die können die bei uns kaufen haben wir aber gerade keine tiere oh wenn ich jetzt wüsste ne ich glaube das war ein zorn aber ich bin mir nicht sicher aber die können ja ein zorn mitbringen und ein eber ich weiß gar nicht ob wir gänse und enden haben das haben wir vielleicht kriegen wir eine kuh dann können wir milch kriegen und wohl noch dazu mal schauen ob das was wird drinks drinks draben ale bier und wein und wir nehmen da alles cheese nehmen wir auch nochmal schafskäse wo wir haben und von der kuh auch powders brauchen wir nicht extracts wüsste ich jetzt auch gerade nicht fleisch fisch hier sweetbread was haben wir denn noch hier so da leopard nehmen wir auch mal das ganz selten ist pflanzen plump helmets sollen sie auch welche mitbringen haben wir was zu essen haben und zu trinken machen können garden vegetables brauche ich jetzt glaube ich nicht barrels last roter skins roter skins wenn er für wasser holen vielleicht brauchen wir da doch mal was ne kommen wir so einnehmbar können wir aber wahrscheinlich auch alles selber machen genauso wie die bucket sie können auf jeden fall selber machen robes close strats tools system tools ok ganz viele sachen die ich jetzt aber nicht sehe clay sheet ok das soll erstmal dann sein das ist ja auch schon reichlich ne ist dann zu einem hohen preis aber das ist egal lernen ammunition and drinks ok getränke ist natürlich doof weil die brauchen wir eigentlich selber und ammunition machen wir auch nicht selber es ist wohl dass die eine weitere karavane da ist ja dann würde ich mal sagen machen wir das in der nächsten folge ich bedanke mich erstmal recht herzlich hatte ich schon gesagt ne und wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao und 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 Untertitelung des ZDF, 2020